So, Spritzenbesichtigung. Links und rechts. Das hier haben wir Spritzen. Ja, und Lupo auch noch. Ja. Ich will ganz morgen dann das Ziel verklären. Wir sind noch nicht daheim. Das ist in dem Hinterzimmer. So, es gibt auch noch eine Spritzenvorführung. Oh! Hey! Hey! Das System von der Spildang ist nur noch Halbfall. Und dann gehst du über dieses System. So macht es bestimmte Menge an. Dann hat man den Spildang gefällt, dass der Spildang fährt. Das dann ist auch noch ein bisschen. Dass du das Wasser spritzen kannst, verstehst du? Also du kannst selber noch den Frischwasser spritzen? Frischwasser spritzen, ja. Und dann wird, was sie Menge gegeben hat, stellt es nicht an, wie du es leidest. Einmal ist es ja auch schon mal durch. Aber du bist ja vorher rein? Ja, ich will auffahren, mit dem kleinen Gang. Und dann kann man hier einmal abficken, dann kommt der Schnellgang, dann kannst du noch bis 20 fahren. Aber es spritzt durch den kleinen Gang. Ah, aber dann kannst du nicht mehr auf der Strasse den brauchen. Nein, in der Strasse kannst du nicht. Nein, nein, in der Strasse ist das genau. Dann werden wir gut in der Ferne die Fröpfle haben. Ja.